Ich bin Markus und bin mit großer Leidenschaft beim Alpenverein Stubay als Turnführer ehrenamtlich tätig. Also Ehrenamt ist für mich eine Tätigkeit, bei der man Verantwortung übernimmt, für etwas, das man wirklich selber brennt. Und das, was man daraus bekommt, ist eine grosse Portion Glück. Also Menschen, die überlegen ehrenamtlich tätig zu werden, denen würde ich einfach raten, ihrem Gefühl zu folgen und das einfach einmal ausprobieren. Also ich mache das Ehrenamt, weil ich mich da selber einbringen kann. Und das Schöne ist eigentlich die Freude, was daraus resultiert. Aus den Tätigkeiten kann man total viel Selbstvertrauen gewinnen für sich selber. Was mir noch sehr gut gefällt, das ist, neue Leute kennenzulernen und die Freude von den Leuten zu spüren. Und was auch schön ist, die Verantwortung übertragen zu bekommen von ihnen, dass man sich halt sicher rein und wieder reinbringt. Und ich sehe da eigentlich nie den Gipfel als Ziel, sondern immer das Zurückkommen zu seinen geliebten Menschen quasi. Und ich glaube, das ist auch als Turnführer eben wichtig, dass man nicht den Gipfel als Ziel sieht, sondern immer das Zurückkommen ins Tal. Das ist ein Ziel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020